Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu den Web4G News. Heute bin ich ein bisschen alleine in den Web4G News, aber ich denke mal, das ist nicht allzu schlimm. Daher muss ich euch leider auch sagen, ich habe nur zwei Nachrichten, also zwei kleine Sachen. Naja, Zeit, Mangel, ihr kennt das ja, ne? Also Arbeit, Privatleben, ja, YouTuber haben auch Privatleben. Noch. Außer YouTube. Also halt. Egal, ich denke mal, ich fange einfach mit den News ab. Kennt ihr eigentlich die Story mit Aliens, die in der Wüste irgendwo verschanzt worden sind und jeder daraus eine Heimsmacht, wovon es gibt keine Aliens? Roswell und hast nicht gesehen. Diesmal aber ist ein Alien aufgetaucht und das in New Mexico. Und jetzt jeder, der weiß, wenn ich sage Alien und New Mexico, müsste eigentlich Klick gemacht haben. Einer der beliebtesten Aliens ist aufgetaucht, nämlich E.T. Ja, E.T. ist in der Wüste New Mexiko verschanzt worden und das nicht als Puppe oder Requisite des Films, sondern als Videospiel. Ja, ich rede von dem beliebten E.T. Videospiel, das super Erfolg hatte. Scheiße. Ja, E.T., das war eine großartige Aktion, die damals Atari gestartet hat. Leider muss ich aber dazu sagen, Atari hatte nicht viel Zeit. Irgendwie so von sechs Wochen Bearbeitung hatten sie, naja, um das Spiel zu herstellen und naja, dann ist es auf die Welt gekommen. Dann hat sie da gekauft und hat gesehen, E.T. war nicht gut. Problem bei der Sache ist, Atari hatte natürlich jetzt 80% circa von den Games. Also, die haben alles reingesteckt, was sie hatten. Also, 20% waren wohl verkauft, 80% waren wohl noch da. Was machen wir mit den 80%? Richtig, wir fahren einfach in die Wüste und verscherbeln und Dinge. Ja, passt doch. Sieht gut aus. Da tun wir es rein. Dadurch ist aber ein Mysterium entstanden, weil manche haben es mitgekriegt, dass Atari da irgendwas gestartet hat, aber selbst nie was gesagt. Jetzt, nach 30 Jahren, hat ein Dokumentarfilmteam samt Bauarbeiter in der Wüste von New Mexico E.T. gefunden. Der Auftrag kam von Xbox selbst. Ja, liebe Leute, Xbox hat den Auftrag gegeben. Die haben es gesucht und was haben sie gefunden? E.T. selbst. Ja, wirklich Leute, komplett die Cartages samt Spielanleitungen auch dabei und Einzelteile von der Atari 2600 Konsole. Warum jetzt eigentlich Einzelteile da waren, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich glaube, so schlecht war die Konsole jetzt auch nicht. Und jetzt, da das Mysterium gelüftet ist, ist daraus eine große Sensation geworden. Im Netz natürlich sind die Leute voller Aufregung und freuen sich total, dass E.T. da ist und dass die jetzt die Leute, die daran geglaubt haben, endlich Ruhe finden. Ich persönlich habe nicht daran geglaubt. Ich war verwundert, als ich die Nachricht gelesen habe. Und es freut mich. Es freut mich wirklich, dass das aufgetaucht ist. Und ich persönlich würde gerne ein Filmchen darüber sehen, wie das so schon bekam. Der Auftrag dorthin, wie die eigentlich auf diese Ecke kamen und, und, und. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, da kommt irgendwas. Was heißt das eigentlich für den Sammler, der E.T. gerne jetzt holen würde? Denn schließlich ist das Spiel jetzt wieder da. Ist das jetzt teurer? Oder günstiger? Keine Ahnung. Naja, das wird sich wahrscheinlich erst in einer Retrobörse bemerkbar machen. Guter Übergang übrigens. Ich hab's drauf. Nämlich, die Retrobörse ist jetzt in Oberhausen. Nämlich, am 10. Mai startet das Festival der Retro-Nerds und Gaming-Fanatiker. Unter anderem zähle ich auch darunter. Ja, ich oute mich als Nerd. Wir werden natürlich auch da vor Ort sein, in der Retrobörse, an dem Samstag, am 10. Mai. Und, ja, mit der Kamera bewaffnet werde ich natürlich alles aufnehmen, was es gibt. Weil, es gibt eine Menge zu entdecken. Oberhausen ist schon eine geile Ecke. Und vor allem werden wahrscheinlich auch da paar kleine Prominenten oder YouTuber da sein. Im letzten Jahr war übrigens Colin von den Vorzockern da. Jedenfalls werde ich da sein. Natürlich mit ein paar anderen Leuten. Unter anderem der Mr. Venom 1974 und der Fozzi Gamer. Beide großartige Retro-Experten. Wir drei oder auch vier, denn auch mein Kameramann wird dabei sein, der gute Bolle aus dem Let's Play Together Halo. Wir werden zusammen alles aufnehmen und euch das natürlich auf der Web-WG präsentieren. Also auf jeden Fall, wir von der Web-WG werden das zeigen. Fozzi Gamer natürlich was eigenes und Mr. Venom natürlich auch was auf seinem Let's Play Kanal. Jetzt aber die Sache. Was gibt es denn da zu finden? Die Retro-Börse für die, die es nicht wissen, was das ist. Alte Games, auch neue Games. Alte Konsolen, auch neue Konsolen. Vor allem ist aber das Wichtigste alles alt, alt, alt. Denn schließlich habe ich eine N64. Ich würde da gerne was natürlich. Meine Spielsammlung erweitern. Oder auch eine Advance. Naja, mal gucken, was man so findet. Für manche wird das hochinteressant sein. Und vor allem findet ihr auch da E.T. oder auch andere schöne Sachen. Auch Japano Games. Ihr könnt euch freuen. Wichtig aber an der Sache ist, alles was da rumläuft, kreucht und fleucht und was zu sehen ist, ist auf der Web-WG zu finden. Das ist ganz wichtig. Auf der Web-WG seht ihr natürlich, was da so ist. Wie die Stände sind. Was ich aber kaufe, seht ihr aber auf Alpha 87 LP. Denn schließlich habe ich da bisher immer die Videos gezeigt, was ich da für Errungenschaften hatte. Wer jetzt nicht weiß, wie die Retro-Börse wirklich aussieht, der kann ja gerne mal auf der Facebook-Seite von Alpha 87 LP mal gucken. Da habe ich so ein paar Bilder veröffentlicht, was ich im vorletzten Jahr gefunden habe. Und da kann man so ein bisschen stöbern. Und wer Lust hat, kann gerne da hinfahren in Oberhausen. 5 Euro ist der Eintritt. Und da würde ich sagen, viel Vergnügen. Das wird ziemlich geil. Mich würde es auch interessieren, ob ihr auch da hinfahren würdet. Oder ob ihr allgemein Retro-Börsen besucht. Schreibt das einfach gerne in den Kommentaren. Und vor allem, wenn ihr da wart, schreibt mal bitte rein, was habt ihr denn euch geholt? Was war euer Wunsch eigentlich zu holen? Zum Beispiel vielleicht eine alte Atari-Konsole oder auch ein N64 oder eine Playstation 1. Was für Spiele? Schreibt einfach da rein. Ich würde mich echt freuen, was da zu lesen. Ansonsten guckt einfach in den Videobeschreibungen. Da findet ihr viele Links. Wie gesagt, Kanal zum Mr. Wende und und und. Und wie gesagt, alles über die Retro-Börse. Oder auch über die E.T.-Story. Den Link tue ich euch natürlich auch rein. Da könnt ihr alles nachlesen. Ansonsten sieht man sich vielleicht auf der Retro-Börse. Und bis zur nächsten Folge zu die Web-WG-News, Games oder irgendein anderen Quatsch. Ich bin für alles offen. Also, bis dahin. Das war für heute die Web-WG-News. Wer gerne die letzte Folge der Web-WG sehen kann, kann gerne unten klicken oder hier im Fenster auf der Playlist. Da findet ihr die letzten News oder allgemein die kompletten News. Wer gerne Let's Play sehen möchte, kann gerne da schauen. In den Let's Play-Kanälen von Alpha und Mr. Venom. Ansonsten, die, die die WG nicht kennen, gern ein Abo hinterlassen oder auf Facebook, Google, Twitter könnt ihr uns auch pausenlos talken. Wir sind für alles bereit und offen. Und nicht vergessen, bald ist die Retro-Börse und da sind wir natürlich vor Ort. Also Leute, bis dahin und demnächst hier in die Web-WG. ist dann bei unsénerftersjekten? Untertitelung des ZDF, 2020